Musik 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 Ja und weiter geht's jetzt liebe Zuschauer mit uns Wir beschäftigen uns mit Johann Wolfgang Döbereiner und Johann Wolfgang von Goethe. Döbereiner hat in Jena in vielen praktischen Arbeiten, die oft von Goethe angeregt waren, der Chemie die ersten Ideen für zwei ihrer wichtigsten Konzepte hinterlassen. Die Katalyse und das Periodensystem. Musik Provinzstädte haben das traurige Schicksal, dass sie in den Biografien der größten ihrer Söhne nur in der ersten Zeile auftauchen. Geboren dann und dann zu, in unserem Falle Hof. Nur die halboffizielle Chronik der Stadt Hof schmückt den zunächst unauffälligen Tatbestand naturgemäß etwas opulenter aus. Als im Jahr 1780, elf Tage vor der Weihnacht, am Mittwoch, dem 13. Dezember, dem im Diensten eines Herrn von Lindenfels stehenden Kutscher Johann Adon Döbereiner, ein Söhnelein, geboren wurde, konnte man nicht ahnen, dass ein deutsches Genie seine Erdenlaufbahn begonnen hatte. Der Kutscher und seine Frau bekundeten eine Art sechsten Sinn, als sie ihren Sprössling auf die gleichen Vornamen taufen ließen, die ein berühmter Zeitgenosse trug. Musik Goethe sollte im Leben Döbereiners eine entscheidende Rolle spielen. Musik Wenige Monate nach Johann Wolfgang Döbereiners Geburt zog die Familie auf das Rittergut Bug in der Nähe Münchbergs am Rande des Fichtelgebirges. Die Chronik der Stadt Hof vermerkt nostalgisch. Musik In dem entlegenen Bug am Fuße des Fichtelgebirges verlebte Johann Wolfgang Döbereiner seine Jugendjahre. Die ewig grünen Fichten des Waldsteins umrauschten seine Kinderträume und raunten in seine Seele das Lied der Heimat, das er nie vergaß und das noch in den Tagen des Alters seine Seele mit Sehnsucht fühlte. Musik Vater Döbereiner, inzwischen Verwalter auf dem Gut, hatte dem Sohn eine ähnliche Karriere zugedacht, doch der Sohn spielte nicht mit. Musik Gegen entschiedenen Widerstand des Vaters, aber mit Unterstützung der Mutter, setzte Döbereiner durch, dass er im nahen Münchberg Apotheker lernen durfte. Der Apothekergeselle ging dann auf die Wanderschaft. Musik Musik Erste Station war die Hofapotheke in Karlsruhe, die es heute noch gibt. Musik Dann die Hirschapotheke in Straßburg, die ebenfalls noch existiert. In Straßburg versuchte Döbereiner auch, durch Umgang mit den Professoren der Universität, seine mangelnde Schulbildung auszugleichen und gleichsam auf dem zweiten Bildungsweg Naturwissenschaftler zu werden. Musik Schließlich kehrte er nach Münchberg zurück und wurde noch einmal Gehilfe in seiner alten Apotheke. Musik 1803 ehelichte er ein Mädchen aus angesehener Familie, sodass er, Kinder folgten bald, selber eine Familie zu ernähren hatte. Weil er aus bürokratischen und finanziellen Gründen keine eigene Apotheke betreiben konnte, gründete er im nahen Gefräß eine kleine chemische Fabrik. Doch bereits 1806 wurde ihm aus Neid der Eingesessenen die Lizenz entzogen. Nun folgte ein unstetes Wanderleben als Leiter von Färbereien, Brauereien und Brennereien. Doch die Zeiten waren schlecht und alles ging schief. Auf einen Konkurs folgte der nächste. Musik Doch nebenher veröffentlichte er in angesehenen Zeitschriften seine praktisch-chemischen Beobachtungen. Mit diesen Arbeiten erwies er sich als seines Glückes Schmied. 1810 ereilte ihn in tiefster Not eine Berufung als Professor der Chemie an die Universität Jena. Anfangsgehalt 350 Thaler jährlich sowie ein Naturaldeputat von 10 Schäffel Korn und 10 Schäffel Gerste. Wie es damals an der Jenaer Universität zuging, berichtet die Biologiehistorikerin und Goethe-Kennerin Dorothea Kuhn. Döberrainers Berufung nach Jena erfolgte durch den Herzog Karl August von Sachsen-Weimar Eisenach. Die traditionsreiche Universität Jena hatte ihre erste Blütezeit schon nach dem Dreißigjährigen Krieg gehabt. Sie unterstand einer Reihe von sogenannten Erhalterstaaten. Das waren die sächsisch-thüringischen Duodezfürstentümer wie Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Meiningen und eben Sachsen-Weimar. Das Interesse der jeweiligen Landesherren an der Hochschule wurde oft genug nur durch Rivalitäten angeregt. Die Mittel flossen spärlich. So gab es immer wieder Aufschwünge und Niedergänge in der Universitätsgeschichte Jenas. Goethe konnte dazu beitragen, dass seine Zeit ein rühmliches Kapitel bildet. Ihm wuchsen durch seine Ministertätigkeit besondere Aufgaben zu in der Oberaufsicht über die Jena wissenschaftlichen Einrichtungen oder Anstalten, wie man das nannte. Zahlreiche ihrer Akten tragen Goethes eigenhändige Unterschrift und sind in seinem persönlichen Stil abgefasst. Jena, die Universität und die Menschen also schufen eine Umgebung, in der Goethes naturwissenschaftliche Studien Grund und Boden bekamen. Sein Interesse an der Naturforschung war aber nicht erst dort geweckt worden. Goethe hatte als junger Mensch Jura studiert, dabei aber auch naturwissenschaftliche Vorlesungen gehört. Naturwissenschaftliche Anregungen ganz anderer Art bekam er von einer Freundin der Familie Goethe. Katharina von Klettenberg, Witwe eines betrügerischen Alchemisten, die im Umgang mit dem Erbe ihres Mannes selbst ihre Liebe zur Alchemie entdeckt hatte. Zu jener okkulten Kunst, die in einmaliger Weise magisch-religiöse Vorstellungen mit handwerklichem Experimentieren vereinte. Vor allem in der Homunculus-Szene, des zweiten Faustteils, haben Goethes alchemistische Erfahrungen auch literarischen Niederschlag gefunden. Aber er beschreibt auch liebevoll eigene Versuche. Ein Windöfchen mit einem Sandbade war zubereitet. Ich lernte sehr geschwind, mit einer brennenden Lunte die Glaskolben in Schalen zu verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollen. Nun wurden sonderbare Ingredienzchen des Makrokosmos und des Mikrokosmos in eine geheimnisvolle, wunderliche Weise behandelt. Und vor allem suchte man Mittelsalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Was mich aber eine ganze Weile am meisten beschäftigte, war der sogenannte Lique for Silicum, Kieselsaft, welcher entsteht, wenn man reine Quarzkiesel mit einem gehörigen Anteil Alkali schmilzt, woraus ein durchsittiges Glas entspringt, welches an der Luft zerschmilzt und eine schöne, klare Flüssigkeit darstellt. So wunderlich und unzusammenhängend diese Operationen auch waren, so lernte ich doch dabei mancherlei. 18 Jahre später. Goethe ist inzwischen Minister in Weimar und in dieser Funktion mit vielen Problemen der praktischen Chemie im Zusammenhang mit Bergbau und Gewerbe befasst. 1786 aber flieht er nach Italien, unter anderem um sich von Charlotte von Stein zu lösen. Und er zieht einen Strich unter die alchemistischen Tendeleien seiner Jugend. Am 5. Oktober schreibt er aus Venedig, er werde sich nach der Reise zu den Handwerkern wenden und wenn er zurückkomme, Chemie und Mechanik studieren. Denn die Zeit des Schönen ist vorbei. Nur die Not und das strenge Bedürfnis erfordern unsere Tage. Dieser harsche Entschluss hindert Goethe jedoch nicht, sich in all den kommenden Jahren über bemerkenswerte Naturphänomene zu freuen und seine Mitmenschen an seine naturwissenschaftlichen Neigungen teilhaben zu lassen. Der Schriftsteller Immermanns überliefert eine Anekdote von einer Rotweinflasche, die offenbar ungewöhnlich schöne Weinsteinkristalle enthielt. Über jene Flasche jauchzte er wie ein Kind. Als Goethe sie zufällig gegen das Licht hielt, so sah er darin die allerschönsten Kristallisationen des Weinsteins in Blätter- und Blumenform abgesetzt. Begeistert rief er seine Nächsten zusammen, zeigte ihnen dieses Schauspiel, ließ eine brennende Kerze bringen und drückte mit Feierlichkeit sein Wappen im Siegellack auf den Tropfen, damit kein Zufall diese Erscheinung zerstören möge. Auf diesen Goethe, für jede Naturwissenschaft stets aufgeschlossen, inzwischen fast in pensionsfähigem Alter, aber ein mächtiger Mann von Welt, traf am 8. November 1810 in Weimar zum ersten Mal der 30-jährige, stellungslose, bettelarme, kinderreiche Apothekenprovisor Johann Wolfgang Döbereiner. Und es begann eine jahrelange, von gegenseitigem Respekt, wenn nicht von Freundschaft geprägte Beziehung. Abgesehen zunächst einmal von den gemeinsamen naturwissenschaftlichen Interessen, hatte Goethe eine große Vorliebe für Persönlichkeiten, die durch Fachwissen und Können ihren Weg gemacht hatten. Tüchtig, auch derbtüchtig, nannte er bewundernd und auch liebevoll Männer, wie den Maurermeister und Musiker Karl Friedrich Zelter, seinen Freund. Nachdem er Döbereiners wackeres Wirken und dessen für treffliche Art eine kurze Zeit beobachtet hatte, schrieb er in einem Bericht an Karl August, Döbereiner geht in seiner Sache derb und tüchtig fort und gewinnt täglich eine größere Gewandtheit in seinem Metier. Es ist ihm bei diesem wunderlichen Schachspiel der Elemente alles höchst gegenwärtig und zur Hand. Döbereiner benutzte seine praktischen Fertigkeiten und seine theoretischen Einsichten mehr für qualitative als für quantitative chemische Untersuchungen. Ebenso fasste auch Goethe die Chemie auf. Er meinte, Physiker und Mathematiker sollten die Ansichten der messbaren Welt vortragen, während der Chemiker sich mit der Qualität der Stoffe zu befassen habe. Döbereiner hatte im alten Schloss zu jener Labor und Hörsaal zugewiesen bekommen. Sehr komfortabel scheint das nicht gewesen zu sein, besonders nicht im Winter. Döbereiner klagt, Hier erstarrt im Winter der wärmste Chemiker in wenigen Stunden. Goethe besuchte Döbereiner gern in Jena, besonders nachdem dieser das hellfältsche Haus bezogen hatte. Dort unterrichtete Döbereiner übrigens auch und es ist nicht sein geringstes Verdienst für die Chemiestudenten, das noch heute übliche experimentelle Arbeiten am Labortisch eingeführt zu haben. Zwischen Weimar und Jena wurde nun ein lebhafter Briefwechsel geführt, über chemische Probleme und über den Ausbau der Chemie an der Universität Jena. Aus diesem Briefwechsel wissen wir von vielen Aufträgen Goethes an Döbereiner und deren meist prompte Erledigung. Manchmal kamen die Aufträge nicht vom Staatsbeamten Goethe, sondern direkt vom Dichterfürsten. Dieser hatte sich beispielsweise um 1815 während seiner Beziehung zu Marianne von Willemer intensiv mit orientalischer Dichtung und Literatur beschäftigt. Und so interessierte er sich auch für die Frage, worauf die Qualität persischen Waffenstahls beruhe. Döbereiner fand, dass man dem Stahl Mangan beimischen müsse, was man für bestimmte Zwecke heute noch tut. Der Schlosshof zu Jena hatte den Schmelzofen für die metallurgischen Arbeiten aufgenommen und weil das Trio Karl August, Goethe, Döbereiner wie alle Chemiefreunde einen Hang zum pyromanischen hatte, zum Feuerzauber, folgten weitere Versuche. In einem Ofen, wie ihn zuerst der französische Chemiker Lavoisier betrieben hatte, wurde, wie wir es hier im Experiment zeigen, Wasser an glühendem Eisen in seine Bestandteile zerlegt. Der Sauerstoff wird dabei als Rost gebunden, der Wasserstoff wird als Gas frei. Später wurde der Ofen zur Gewinnung von Leuchtgas aus Kohle umgebaut, um im Schlosshof einen Großversuch zur Straßenbeleuchtung zu starten. Wenig später beschreibt Döbereiner einen neuen Versuch. Ich habe gefunden, dass Kohle und Wasser bei ihrer Wechselwirkung in hoher Temperatur das wohlfeilste und reinste Feuergas geben. Und hätte ich Geld, um diese Entdeckung durch Versuche weiter zu verfolgen und sie zum Nutzen für das Leben ausbreiten zu können, so würde ich vielleicht imstande sein, die Bereitung des Lichtgases wohlfeiler und einfacher auszuführen, als dieses von den Engländern geschehen ist, durch die Benutzung ihrer Steinkohle. Diese Entdeckung war nun in der Tat ein Meilenstein in der technischen Chemie. Das bei der Umsetzung von Wasserdampf mit glühender Kohle entstehende Wassergas ist ein Gemisch von Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid. Es ist Ausgangspunkt einer der modernen Linien der Kohleveredlung. In Ländern mit billiger Kohle werden nach dem sogenannten Fischer-Tropsch-Verfahren aus Wassergas, Benzin und Chemierohstoffe gewonnen. Feuer und Flamme waren auch das Ergebnis einer weiteren Erfindung, die als döberainersches Feuerzeug heute noch in jedem Lehrbuch der Chemie im Kapitel über das Edelmetall Platin erwähnt wird. Auf diesem besonders schönen zeitgenössischen Exemplar eines döberainerschen Feuerzeuges sehen wir Maria Paulowna, die Schwiegertochter Karl Augusts. Durch ihre Vermittlung kam döberainer am Platin aus Russland. Dort war das seltene Edelmetall immerhin so geläufig, dass man normale Rubelmünzen daraus prägte. Am 29. Juli 1823 schreibt döberainer an Goethe Ich erlaube mir von einer Entdeckung Nachricht zu geben, welche im hohen Grade wichtig erscheint. Ich finde nämlich in Versuchen über das Verhalten einiger Platinpräparate gegen verschiedene elastisch-flüssige Substanzen, dass das rein metallische, staubförmige Platin die höchst merkwürdige Eigenschaft hat, das Wasserstoffgas durch bloße Berührung und ohne alle Mitwirkung äußerer Potenzen zu bestimmen, dass es sich mit Sauerstoffgas zu Wasser verbindet. Wobei eine bis zum Erglühen des Platins gesteigerte Summe von Wärme erregt wird. Damit hatte Döberainer ein Phänomen entdeckt, das der schwedische Chemiker Berzelius dann Katalyse nannte. Ein Stoff, zum Beispiel Platin, setzt eine chemische Reaktion in Gang, bleibt aber selbst dabei unverändert. Und so funktioniert das Döberainer'sche Feuerzeug. In den unteren Teil kommt verdünnte Schwefelsäure. Ein zweiter Glaszylinder, der in seinem Innern ein Stück Zinkmetall enthält, wird in den ersten Zylinder hineingehängt. Und sobald das Zink mit der Schwefelsäure in Berührung kommt, entwickelt sich gasförmiger Wasserstoff, der im Innernzylinder nach oben steigt und bei geöffnetem Hahn durch eine feine Düse entweichen kann. Der Hahn wird jetzt wieder geschlossen und wieder geöffnet, damit wir die Selbstentzündung des Wasserstoffs am Platin beobachten können. Döberainer hatte seiner Epoche ein brauchbares Feuerzeug geschenkt, das bald darauf in Abertausenden von Exemplaren hergestellt wurde. Gegen den Rat Goethes hatte Döberainer auf diese Entdeckung kein Patent genommen, was ihn wenig später doch ein bisschen reuen sollte. Wie wohlhabend könnte ich sein, wenn ich mit meiner Entdeckung nach England gegangen wäre und mir dort auf die technische Benutzung derselben hätte ein Patent geben lassen. Aber ich liebe die Wissenschaft mehr mehr als Geld und das Bewusstsein, dass ich damit vielen mechanischen Künstlern nützlich gewesen bin, macht mich glücklich. Geld hatte die Entdeckung des Feuerzeugs Döberainer nicht gebracht. Sie trug ihm aber immerhin eine Beförderung durch seinen Landesherren ein, sowie das Ritterkreuz des Weimarerischen Hausordens der Wachsamkeit oder vom Weißen Falten. Döberainers Erfindergeist ruhte nicht. Es gelang ihm Glaskugeln mit einem Platinspiegel zu überziehen. Er tauchte diese Kugeln zuerst in die Lösung einer Platinverbindung und erhitzte sie anschließend. Vielleicht war es die Hoffnung diese Erfindung zu vermarkten, dass er einen etwas merkwürdigen aber zeittypischen Gebrauch davon machte. Er schreibt an Goethe Ich benutze diese kleine Erfindung vorläufig zur Darstellung einer neuen Form von Duft oder Räucherlampen, welche wie die Glüh- oder Nachtlampen gebraucht und behuft des Parfümierens der Zimmer mit rektifizierter Eau de Cologne oder einem anderen wohlriechenden Gas gefüllt werden. Zur wird hier Brennspiritus in eine Flasche gefüllt. An die Platinkugeln ist ein Docht angesetzt. Durch ihn steigt der Spiritus in die platinüberzogene Zone. Das Platin wird kurz erhitzt. Danach brennt wegen der katalytischen Wirkung des Platins der Spiritus an der Luft von alleine weiter. Duftende Beimengungen verdampfen dabei in den Raum. Döberreiner hat seine Erfindungen nicht nur als Experimente ansehen können. Er musste auch zusehen damit Geld einzunehmen, denn als Professor in Jena war sein Gehalt gering. Er war nur von Karl August einem der Erhalter der Universität eingestellt und von dessen Mitteln der sogenannten Privatschatulle des Herzogs abhängig. Die Besoldung solcher Stellen musste durch Bücherschreiben, privaten Unterricht, Gutachten oder eben durch Erfindungen aufgebessert werden. Zudem war man darauf angewiesen, Deputate für Heizung und Ernährung und Zuschüsse für die Wohnung zu erbitten. Karl August, der den Wissenschaften und besonders den Naturwissenschaften viel Verständnis entgegenbrachte, versuchte zu helfen, wo er konnte. Goethe hat sich immer wieder vermittelnd eingeschaltet und handfesten Beistand geleistet. So konnte er 1816 befriedigt sagen, dass ich Döbereiner und somit der Chemie in Jena für ewig eine Burg erbauen kann, gibt mir eine behagliche Tätigkeit. Die Kalkfelsen von Dornburg, nördlich von Jena an der Saale gelegen, sind eine Fundgrube für Mineralien. Sie führten Döbereiner 1829 noch vor dem Tode Goethes zu seiner wohl wichtigsten Arbeit aus der theoretischen Chemie. Eines dieser Mineralien war der Zölestin. Döbereiner verglich seine Eigenschaften mit denen zweier anderer äußerlich ähnlicher Mineralien. Anhydrid und Barhyd. Es sind dies die auch chemisch nahe verwandten Schwefelsauren Salze der Metalle Calcium, Strontium und Barium. Als Meister des Wegens und Messens in der Chemie stellte Döbereiner fest, dass auch bei den messbaren Eigenschaften der drei Mineralien ganz bestimmte Zahlenverhältnisse im Spiel waren. Zum Beispiel betrug das spezifische Gewicht des Zölestins exakt den Mittelwert der beiden anderen Mineralien. Döbereiner meinte, das Auftreten ähnlicher Elemente in Gruppen müsse ein allgemeines Prinzip sein und tiefere Bedeutung haben. Bis 1829 hatte er drei weitere sogenannte Triaden gefunden. Die heute sogenannten Alkalimetalle Lithium, Natrium, Kalium, Kalium, dann die Elemente Schwefel, Selen und Telur und schließlich die Halogenelemente Chlor, Brom und Jod. Im Periodensystem der chemischen Elemente, das deren systematische Beziehung untereinander widerspiegelt und das heute als Tafel in jedem Chemie-Hörsaal hängt, finden sich Döbereiner's Triaden wie die ersten Lösungsworte eines großen Kreuzworträtsels wieder. Am 23. März 1849 starb Johann Wolfgang Döbereiner an Speiserührend Krebs. Einer Berufskrankheit? In seinem Testament hatte er eine letzte Bitte formuliert, die uns zeigt, dass er das Goethe-Wort von Stirb und Werde verinnerlicht hatte. Endlich möge mein Leichnam am dritten Tage seines Alters seziert, dann in einem einfachen Sarge mit unvernageltem Deckel in aller Stille in einer Grube versenkt und darauf am vierten Tage nach seiner Versenkung mit Erde bedeckt werden. Wollten dann die Meinigen das Grab mit ein paar Fruchtbäumchen bepflanzen, so würden die Produkte der Verwesung eines Leichnams bestimmt werden, sich organisch zu gestalten und in veränderter Form als Erzeugnisse eines neuen Lebensbescheidens. Verwesung